Avocado Kuchen mit Blaubeeren Backofen auf 175 Oberunterhitze vorheizen Butter Zerlass Senior die Eier 125 Gramm Zucker und ein Viertel Teelöffel Vanille Schaumisch schlagen Butter und Milch vermischen Mehl Backpulver und Salz über die Eiermischung sieben und unterrühren Milchmischung einrühren Teig in die Springform geben Im Ofen auf mittlerer Schiene 20 bis 25 Minuten backen Herausnehmen und abkühlen lassen Gelatine in etwas kaltem Wasser einweichen Avocados